Beinahe noch wichtiger als das Leben ist dem Wiener der Tod. In der Tat scheint es einen Wettbewerb zu geben, wer die meisten Sargträger, die meisten Trauernden, den größten Sarg, den schönsten Grabstein und die längsten Reben hat, der ist Sieger. Post Wunsch war, aber gewonnen ist gewonnen. Es war die Kaiserin Anna, die nicht nur das Kapuzinerkloster in der Wiener Innenstadt gestiftet hat, sondern auch gleich verfügte, dass in der Kruft des Klosters ihre letzte Ruhestätte sein möge. Schwupp war eine Familientradition geschaffen. Seit 1619 liegen hier praktisch alle Habsburger begraben. Der mit Abstand größte Sarg in der Kapuzinerkruft gehört der Kaiserin Maria Theresia, die in diesem riesigen Katafalk ruht. Bereits zu Lebzeiten hat die Kaiserin an der Arbeit beginnen lassen. Sie war auch sehr zufrieden und hat gemeint, hier wird gut ruhen sein. Das einzige Haar in der Suppe an ihrem Begräbnisstag hat es geregnet. Kein Kaiserwetter für das Kaiserin-Begrebnis. Eine jahrhundertelange Tradition der Habsburger ist, dass hier nur die leibliche Hülle bestattet wird. Vor dem Begräbnis wurden die Innereien aus dem Körper genommen und in einer eigenen Herzkruft in der Augustinerkirche bestattet. Und es wäre nicht Österreich, wenn diese imperiale Tradition nicht auch ins Republikanische gerettet worden wäre. Sämtliche Bundespräsidenten bis Franz Jonas wurden ebenfalls ausgeweidet. Der Zentralfriedhof wurde 1874 vom Bürgermeister Kajetan Felder initiiert. Das Problem war nur, der Friedhof war so furchtbar weit weg. Und eigentlich wollte sich niemand hier bestatten lassen. Und da kam die Stadtverwaltung auf die geniale Idee, wir nehmen alle unsere Prominenten, egal auf welchem Friedhof sie ruhen, und platzieren sie hier zentral am Zentralfriedhof. Denn, eine alte Erkenntnis ist, der Wiener ist immer gern A dabei, wenn sich irgendwo Prominenz einfindet. Und es hat funktioniert. Hier liegen mittlerweile mehr Tote als irgendwo sonst. Die größte Nekropole dieses Kontinents. Das Wolfgang Amadeus Mozart hier ruht, ist mehr als unwahrscheinlich. Denn die Leiche war beim besten Willen nicht mehr zu finden. Und daher hat man sich entschlossen, einfach diese Säule aufzustellen. Ironie an der Geschichte, es ist das meistfotografierte Grabmal hier am Friedhof, obwohl hier niemand ruht. Dass der Wiener eine besondere Beziehung zum Tod hat, kann man schon daran ersehen, dass er gefüllte 100 Synonyme für das Wort sterben kennt. Obangeln, rotieren, den Holzpyjama anziehen, vom Quik-Quik holt werden, die Batschen strecken, mehr gehen. Aber es wäre nicht Wien, wenn hier nicht auch die Namenlosen eine schöne Leiche kriegen würden. Am Friedhof der Namenlosen liegen 478 Menschen, die seit 1854 aus der Donau gefischt wurden. Dabei handelt es sich nicht nur um Leute, die durch einen Unfall ertrunken sind. Nein, ins Wasser gehen war im spätkaiserlichen Wien eine beliebte Selbstmord-Arnd. Und so verwundert es nicht, dass Bonfineberer Totengräber hier ein Traumberuf ist. Gestorben wird immer. In Wien vielleicht ein bisschen anders.